Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der 4. Torwartkarriere. Ja, super super cool und super super lang ist es her. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich habe seit dem 24. Dezember keine Folge Torwartkarriere mehr aufgenommen. 24. Dezember Leute und wir haben es den 3. Juni. What the actual fuck is going on now? Genau, das Problem war, dass meine Festplatte kaputt war. Das kennen ja einige die Geschichte und deswegen hat das nicht ganz Funktionuggelt. Nichtsdestotrotz werden wir einfach ganz gewohnt weitermachen hier mit der Torwartkarriere. Beigräuter für die ich möchte, nämlich diese Karriere beenden. Für nächstes Jahr für FIFA 20 habe ich mir was Neues überlegt, was Cooles, was mega mega Nices. Wenn ich, oh Gott, mit Jan keine neue Karriere starten sollte, das weiß ich jetzt noch nicht genau, dann wird diese Fürth-Karriere einfach bis zum Ende laufen und nächstes Jahr dann wirklich zu 1 Million Prozent versprochen eine Karriere durchlaufen mit der Torwartkarriere. Also, ja, ähnlich wie diese bloß, dass wir ein bisschen ein Special draus machen. Lass euch da überraschen. Jedenfalls hat Jan ja irgendwie letztens eine Abstimmung gemacht, von wegen, ob wir ja wieder eine Koop-Torwart machen sollen bezüglich der Frauen-WM oder so. Also guckt da mal bei ihm vorbei und stimmt da mal ab, falls ihr Bock darauf habt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Karriere machen wir auf jeden Fall zu Ende, die Fürth-Karriere. Falls es dann noch einen mit Jan gibt, gut, falls nicht, dann halt erst wieder zu FIFA 20, was aber auch gar nicht mehr so lang hin ist. Also wenn ich jetzt überlege, okay, dritter, sechster, heute nehme ich das auf, am dritten Juni, ähm, dann ist das gar nicht mehr so lang hin, bis, äh, FIFA 20 rauskommt. Vor allem, wie gesagt, wenn ich dann auch noch, ähm, die Fürth-Karriere hier beende. Also, läuft auf jeden Fall. Was noch dazu gesagt sei, bis ich hier diese letzte Übung hier fertig mache, ähm, es hat gerade ungefähr 30 Grad draußen. Das heißt, in diesem Zimmer hat es nochmal ein bisschen mehr, da hätte ich keinen Abstoß machen müssen, ups. Ähm, das heißt, in dem Zimmer hat es noch ein bisschen mehr, die Softboxen strahlen mich gerade an. Mir ist ultra warm, ich verreck, ich schwitze, ich, äh, weiß nicht, manche kennen ja mein Zimmer schon. Ich habe ja den einen oder anderen Vlog gemacht, wo man das gesehen hat. Ähm, ja, ist halt hier quasi im Dach mein Zimmer und deswegen ist es hier mega, mega heiß. Wie gesagt, alles ist egal, ich mache jetzt hier noch die zwei, äh, anderen Übungen, die nichts mit Torwart zu tun haben und dann sehen wir uns im ersten Spiel. So, die Freischussübung nicht perfekt abgeschlossen, aber das macht nix. Dreimal ein A und ich bin auf einer 76 aufgestiegen. Unser nächstes Spiel ist gegen Union Berlin. In echt sind sie ja schon aufgestiegen. Hier, glaube ich, noch lange nicht. Können wir gleich mal auf die Tabelle gucken. Dann stehen hier noch EM-Quali-Spiele drin, aber ich glaube, ich spiele nicht für die deutsche Nationalmannschaft oder so. So, ich glaube, das steht einfach nur so drin, weil es halt drinstehen muss. Auf jeden Fall haben wir noch das Spiel gegen Magdeburg. Ich glaube, die beiden Spiele sind auf jeden Fall die Union Berlin und Magdeburg. Ähm, das andere hat einfach, steht einfach nur drin, das hat, glaube ich, nichts mit uns zu tun. Wir schauen mal kurz auf die Tabelle. Bielefeld auf Platz 1, danach Darmstadt, Hamburg, St. Pauli, Dresdlingu, Stadt Paderborn und Sandhausen. Wir mit Kreuterfürth sind mit zwölf Spielen auf Platz 9. Ja, hier sieht man es. Also, die werden aufgrund dieser Nationalmannschaftsspiele fehlen und darunter sind nur Omnadic und Green und nicht wir. Aber, ist ja egal, wir starten mit den grünen-weißen Trikots. An der Aufstellung verändere ich nichts, darf ich ja nicht, kann ich nicht. Wir spielen natürlich nur den Torwart. Also, wer die Karriere noch nicht kennt, kann gerne mal rechts oben am i bei der Playlist vorbeischauen. Und ich werde jetzt auch dazu sagen, da ich ja jetzt wieder quasi frisch und neu aufnehme, ich werde dieses Projekt in nächster Zeit wieder häufiger bringen. Regelmäßig, genauso wie andere Projekte, die ihr einfach feiert. Also, mega gut kommt bei euch an die Pest-Trainer-Karriere an, die Pest-Spieler-Karriere, die Torwart-Karriere hier in FIFA und, und, und. Solche Sachen kommen bei euch mega gut an. Und ich habe einfach Bock drauf und ihr, wie gesagt, offensichtlich ja auch. Und deswegen werde ich diese Projekte einfach in nächster Zeit öfter bringen. Das heißt, ihr könnt euch auf neue, coole Torwart-Karriere-Folgen freuen. Wenn ich in diesem heutigen Spiel, in dieser heutigen Folge nicht so stark bin, dann liegt das, wie gesagt, einfach daran, dass ich seit dem 24. Dezember nicht mal einmal Torwart gespielt habe. Aber, das kriegen wir schon hin. Ich bin zuversichtlich und ich hoffe, dass Gräuter führt, das Ding hier lübt. Komm! Oh! Alter! Ganz, ganz stark von uns! Fängt ja gut an. Ich dachte, komm, hier den ersten gefangenen Ball, das wäre doch echt cool. Da haben wir direkt, ohne groß was zu machen, ein paar Punkte gut gemacht. Oder halt, wie gesagt, auch eine abgefangenen Ballparade oder so. Aber das sollte nicht sein. Da hat meiner sich irgendwie quergestellt. Und da ist das Tor! Jawohl! 1 zu 0! Keita Ruel! LOL! Er steht richtig. Netz ein. Der Torwart war auch nicht so stark unterwegs. 1 zu 0 in der 40. Spielminute. Nice, Daniel! Oh! 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 Komm! Das gibt's nicht! Das ist... Die letzte Chance vor der Halbzeit. Das ist Halbzeit. Oh mein Gott! Leute, 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 Leute! Ich hab mir eigentlich 0 zu 0 erwartet, weil da echt gar nichts ging. Plötzlich macht Keita Ruel das 1 zu 0. Dann macht er hier den Pfostenschuss. Uiuiui! Also, das war schon... Schon nochmal knapp. Union auf dem 13. Platz. Lässt noch fast gar nichts von sich zeigen. Mal gucken, wie sich das jetzt ändert. Und da ist die erste Parade. Der Schuss war jetzt nicht Bombe. Aber das soll mir recht sein. Und der Abschuss war... Grottenhaft. Oh! Er nimmt Keita Ruel raus. Das gibt's doch nicht. Und hier kommt... Ist das Polterer? Ich kenn mich... Ich kenn mich voll aus, ey. Wow! Bestimmt nicht eher. Oh, doch. Es ist... Ha! LOL! Und da kommt die erste Möglichkeit! Und es ist wieder... Eine Flanke! Oh, Leute! 1 zu 1! Union Berlin gleich aus! 58. Spielminute! Eine Flanke! In den Tod! Und meiner springt wieder wie Superman hinterher! Oh, Mann! Leute, wer die Karriere noch nicht kennt... Nur mal so als Erklärung... Erstens, ich bin bei Fürth, weil ich in der Nähe von Fürth wohne und eigentlich zwar Bayern-Fan bin, aber auch das eine oder andere Mal zu den Fürth in den Stadion gehe, weil ich halt so sympathisant bin. Oh Gott! Und zweitens sei gesagt, dass ich Flanken gar nicht verteidigen kann, also ich halte zwar ein paar Bälle, aber sobald eine Flanke geschlagen wird, tue ich mich extrem schwer. Immer! Und das haben wir ganz oft hier in der 2. Liga, dass wir solche Tore eben kassieren. Und Union Berlin, die haben scheinbar jetzt gerade Bock. Die haben gerochen, dass hier was drin ist. Hoffentlich schießt der und flankt nicht. Aber er hatte Bock. Er wollte schießen, aber es gibt Absturz. Oh nein, keine Flanke, bitte nicht. Nein! Nein! Ey! Was ist das? Redondo macht das Tor, was? Der ist noch aktuell bei Gräuter Fürth. Ich glaube, die Karriere wahrscheinlich schon damals gestartet, als er noch bei Union Berlin war. Ja, Redondo mit dem 2-1 und ich sehe wieder ganz, ganz schlecht aus. Ich sehe ganz, ganz schlecht aus. Also Leute, wenn ihr Tipps habt, ich weiß, mir wurden damals, glaube ich, schon Tipps geschrieben, alles schon wieder vergessen. Wenn ihr Tipps habt, wie ich Flanken besser verteidigen kann, dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wie gesagt, sonst kann ich ja den einen oder anderen Ball halten, aber Flanken ist grauenhaft. Ja, 2-2-Ausgleich! Danke, schön! Wer war es? Ich weiß es nicht. Boah, krasser Schuss. Krasse Direktabnahme von, ich weiß nur noch nicht, wer es war, Abu Bakatscha oder so? Heißt der Typ so? Ne, es war Wittek, okay, keine Ahnung. Also ich kenne den Typen zwar, aber ich glaube niemals damit gehe ich nicht, dass der es war. Läuft, 8 Minuten später, wieder mit dem Ausgleich, noch 8 Minuten zu spielen. Mal gucken, vielleicht können wir noch eins machen, bitte. 3 Punkte. Abpfiff! Der Schiedsrichter pfeift ab. 2-2 Endstand. Vierter Fans applaudieren, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden sein soll. 2 Flanken, ich sah bei beiden nicht so gut aus. Pff, weiß ich nicht, wie gesagt. Jawoll, A, A, B, A. Tipp top, Leute, so will ich das sehen. Training beenden und dann simulieren wir weiter. Und jetzt simulieren wir auch das Training. Geil. D, D, C, F, das ist so viel schlechter, ey. Nichts kann da die CPU, nichts. So, wir spielen gegen den 1. FC Magdeburg. Relegationsplatz sind die momentan auf Platz 16. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das hier läuft. Gucken wir mal, let's go. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Boah, starke Parade, yes. Und ich sehe, die Kamera ist aus. Scheiße, seit wann ist die denn aus? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ja, wie gesagt, solche Sachen gehen halt schon deutlich besser als irgendeine Kackflanke. Lag es daran, dass es eine Flanke war? Ne, dieses Mal nicht. Alter, das ist doch einfach nur noch peinlich, oder? Was habe ich gemacht? Ich bin viel zu spät runtergegangen. Ja, oh, was, eine Flanke gefangen. Ich werde verliebt. Oh Gott, lieber zurück, der lupft. Oh, Junge, Junge, Junge. Was für eine Torhüterleistung. Wow, ich bin begeistert. Ich bin der beste Torhüter der Welt. Komm, Packer, Abu Bakacca, die erste Möglichkeit in der 78. Spielminute für Greuther Fürth. Und das Zuhause gegen Magdeburg. Wen willst du eigentlich verarschen? Und Magdeburg hat den Ball schon wieder. Jo, den haben wir. Der kam genau auf mich. Da kann ich nicht viel falsch machen. Jetzt nach vorne. Komm, 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 es ist schon Nachspielzeit. Gib doch Gummi. Da war mein Stellungsspiel ausnahmsweise mal in Ordnung. Das hilft nichtsdestotrotz. Nicht. Das hilft nicht. Mann. 1 zu 0 verliert Greuther Fürth zu Hause gegen Magdeburg. Und das nur, weil ich diesen einen Kackball von Bülter nicht gehalten habe. Und der war schon extrem scheiße, der Ball. Auch manchmal Glück. Wie beim 1 zu 0, das ich hätte haben müssen. Das ist lächerlich, das Ding. Naja. Okay, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Lasst mich da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.